Die markante Oberbaumbrücke führt über die Spree und ist die wohl schönste Brücke der Stadt. Die erste Oberbaumbrücke war eine kleine Holzbrücke, die bereits im frühen 17. Jahrhundert erbaut wurde. 1879 wurde sie dem immer schwerer werdenden Verkehr angepasst und umgebaut. Doch nur wenige Jahre später musste die Brücke wieder dem enormen Wachstum der Stadt angepasst werden. 1896 wurde die Brücke so umgebaut, dass seitdem nicht nur Fußgänger und Fahrzeuge, sondern später auch die U-Bahn die Brücke benutzen konnte. Die erste U-Bahn überquerte die Spree 1902. Heute benachbart die Oberbaumbrücke schicke Loftwohnungen und Büros, wie zum Beispiel das Gebäude von Universal Music. Die Brücke verbindet die Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain, ob man auf dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder mit der U-Bahn unterwegs ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017